Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video! Auf der anderen Seite des Containers wäre eine Tür gewesen, dass wir sie mal einfach öffnen können. Oha, Riesenkiste. Ich habe es gewusst. Folike muss mal Angst haben. Und es ist nix im Container drin übrigens. Also wir haben zwei Lampen und noch mal Fernglas. Dann haben wir zwei Treppen, zwei Franken und ein Motorteil und Sprit. Da hast du das, machen wir mal ein Motorteil hier rein. Und du sagst die Lampen hier lassen oder was? Die Lampen können wir mitnehmen, das Fernglas. Ich weiß ja nicht, ob man das irgendwie zerlegen kann. Das wäre schon mal nice. Aua! Das ist jetzt schon schwer. Du hast es mir an den Kopf geworfen. Das ganze Rav bewegt sich. Oh Gott! Wir werden versinken! Lass die Scheiße hier! So, wir wollten rüber gehen, ne? Zu dem Schiff hier. Ja. Sonst haben wir alles, ja? Glaube ja. Gut. Ach, jetzt wird es wieder Nacht. Ja, okay, aber auf dem Schiff geht es ja. Warte, ich muss erst, wenn wir erst, bevor wir losgehen. Haben wir hier hinten? Sind wir da getaucht? Ne, ne? Aber das ist jetzt so dunkel. Da hinten blubbern es. Hinter uns zwei. Drei Sachen blubbern hinter uns. Ja, musst du sagen. Ja. Ich würde schon tauchen, aber... Wir haben Lampen. Wir haben zwei Lampen. Theoretisch könnten wir. Nimmst du die Lampe in die Hand? Da können wir theoretisch da tauchen. Ja, ich wende erst. Der Wenderad ist nur nicht der kleinste. Naja, alles gut. Man kann es ja genau dazwischen parken, sozusagen. Da sind Blubberblasen und danach bei diesem Masten auch Blubberblasen. Man kann es direkt dazwischen dann stehen bleiben. Da kann man beides. Ich kann es hier anfangen. Du! Hey! 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 Seid gut aus. Ich bin einfach durch ihn durchgeschwommen. Oh ja. Wo bist du? Du greifst vom Floß aus an, nicht von hier aus. Genau. Hier irgendwo ist. Hier hinten. Ich bin ins Wasser gefallen. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Naja, er ist hier hinten. Bin hoch. Jetzt ist er unter dem Floß. Warte, ich komme mal zu dir. Ich hoffe, ich bin überlebt. Okay. Daneben. Komm her! Ja. Weil du siehst sie noch so schlecht, wenn du nicht leuchtest, ne? Doch, wenn er hier vorbei duscht. Oh ja! Hier, 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 guck. Guck mal, oder? Ja, es sind zwei. Es sind jetzt zwei. Ja, dann piekst du doch mal. Guckst du ihn an? Der ist so nah an dir vorbeigeschwommen. Aber der tut mir doch nichts. Na doch, wenn du ins Wasser gehst, dann tut der dir schon was. Komm her. Haben wir keine verordnete Fleisch bei? Komm her. Komm her. Hier drüben sind sie. Guck, wenn ich nicht mehr leuchte, sehe ich die nicht mehr. Gar nicht. Okay. Ich sehe die so schlecht an. Komm her. Vielleicht ist es in der Nacht gefährlicher. Also hier drüben sind alle Bäder immer. Guckst du das? Für die, die hier lang schwimmen. Jetzt hier vorne. Mhm. Da bin ich dann fast in den Maul geschworen und hab von unten drauf gehauen. Die Kisten sind gehofft. Hallo Rochen. Ne, ich glaub mit Fall und Bogen kriegt man's hin. Ich weiß nicht wie der damals mit dem Speer das gemacht hat. Oder hat er geworfen? Ich weiße, standen die auch einfach mal rum. Und haben halt gekext. Kannst du mal aufhören unterm Raft die ganze Zeit rum zu geistern, du? Hau drauf. Hast du's? Kannst du uns umwerfen? Kannst du uns umwerfen? Kannst du aber nicht nehmen? Ja, wir sind schwer, wir haben da ganz viele Sachen drauf. Ja. Der Herr wollte sogar hier Metallplatten dann mitnehmen. Hahaha. Ich wollte doch nur tauchen, nur blöd Mann. Direkt hier könnte man tauchen, aber tauchst du bist du dort? Wie tut du dort? Oh. Soll ich leuchten? Ich muss mir einfach noch ein paar mehr Pfeile machen. Ich glaub, es geht ein Pfeil. Nein, falscher Knopf. Oh, hallo. Soll ich mal kurz halten. Kleiner rein. Kleiner bei uns da rein. Seht der vor dir? Oh. Wenn er so wischt, der war bis. Wo ist denn? Ach. Wo? Der spielt wieder weg. Oh, ne, ist der andere. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist denn den Ehen? Den Großen? Mhm. Da ist ein Rocken. Da. Hey, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin schon gruschen. Weil sie sich aus wie ein weißer Hai. Da ist er abgehauen. Aber der, der, aber. So. Kann ich mir vorstellen. Einmal angeht, wie das wieselt sich. Nämlich. Wissens. Wissen. 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 eine roche noch da musik lauter musik ja und zurück Wolltest du die Pfeiler jetzt nehmen? Ja. Aber der andere ist weg? Der andere ist weg. Vielleicht war der Friedfertiger. Der muss erst Pfeile herstellen, Entschuldigung. Sorry. Hey! Ich rammen hier. Ah, hier ist er. Komm ein Stück höher. Ich bin mir nicht sicher, aber es sah aus, als fahrt er ja daneben. Wie viele Pfeile hält denn so ein Vieh aus, ey? Keine Ahnung. Hat ein paar drin, du. So, ein Pfeil habe ich nur noch. Wut, 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 wut. Der war daneben. Warte. Oh, der ist jetzt richtig. Nice! Danessa, los! Die Musik ist weg, der andere ist nicht da. Tigerhai. Okay, ich schwimm dann mal hier runter. Äh... Oh Gott! Das lädt bei mir nicht. Ist hier einfach nichts. Ist zu dunkel. Kannst du dich halten? Ich wollte erst mal komplett... Wollte erst alle meine... Pfeile rausnehmen. Halt doch mal still, da ist noch ein Pfeil drin. Oh, hier bleibt. Ja, er ist ein bisschen schwer. Hallo. Zieh mal die Pfeile raus, bitte. Ich seh keinen Pfeil. Deshalb... Gute, ich bin erst mal... Weil ich keine Pfeile sehe. Sind da jetzt noch Pfeile? Genau hier im Boden steckt einer. Naja... 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 Oh, der hat Leder gebracht. Dreimal Leder, dreimal Fleisch. So... Also das blöde ist... Hier... Ach nein... Moment... Doch... Hier... Wo ich runter gehen wollte... Wir haben uns gedreht. Ja... Wir sind ganz schön abgedrückt. Guck mal, wo der Anker liegt. Ja... Da hinten waren wir ja eigentlich. So, warte... Bleibst du hier? Ne, bist schon, war es okay. Dunkel. Weil da hinten bei dem großen Schiff konnte ich nicht sehen. Der hat gerade geladen bei mir. Oh Gott... Kraft über mir. Ich sehe hier gar nichts. Entweder weil es zu dunkel ist... Oh... Selbst mit Lampe. Ich sehe fast gar nichts drunter. Der lädt ewig. Ähm... Eine Kiste ist weg... Ah ne... Ich habe da nur weggerutscht. Siehst du irgendwas? Ne... Müssen wir warten, bis es hell ist. Oder wir gehen zu dem anderen erstmal... Und holen die Bullen. Achso, ja. Die Bullen, da... Können wir ja wenigstens passieren. Da... Da hinten... Ja... So eine Siege schon gesetzt. So eine Siege schon gesetzt. Ja... So eine Siege schon gesetzt. Ja... Da ist der Mast im Weg. Ich hoffe, der Sponter nicht wieder. Kannst Siegel setzen. Kann Siegel setzen. Er macht das auch gleich. Danke. Unsere erste erfolgreiche Hai-Jagd. Das stimmt. Wie die Kisten wackeln. Dann packen die bei dir auch. Ja... Deshalb braucht man ja auch die Schränke, sonst... Verschwinden die im Wasser. Mich ärgert es, dass... Huch... Ja? Äh... Mich ärgert es, dass... Die... Linke vordere Kiste... Kistenstapel, der steht falsch rum. Wenn ich die beschriffte, ist das falsch rum. Ah... Ah... Okay. Die ist leer. Drücke Tab zum Öffnen. Ein Speer. Das war's. Nur ein Speer mehr nicht. Okay. Mehr nicht. War nie so doll die Ausbeute. Ja, aber wir haben die Schwimmer. Oh, da hinten ist noch was. Wo? Also da hinten, da ragt ein Dach raus hinter dir. Ach da. Da guckt ein kleines Dach raus. Hm... Muss erst wenden. Hm... Geh nicht. Warte, ich zieh mal. Äh... Kannst du auch nicht ziehen, Herr Schlosser? Wollte ja auch schieben. Doch, geht's so? Ja. Wollte ja, warum wackelt das denn so? Oh, ich seh hier auch nix wieder. Viel zu dunkel. Ja, hier ist ein Loch, da kann man rein, aber dunkel, ne? Dann warten wir. Leider, leider, es ist so dunkel. Ich wünsch dir auch ne wunderschöne gute Nacht, Snoopy. Danke, dass du vorbeigeguckt hast. Schlaf schön. Gute Nacht. Wie lange wollen wir machen? Es ist kurz vor zwei. Wollte ich dich auch grad fragen. Sonst, äh, hätte ich gesagt, dann lass uns erstmal zurückfahren. Ja, es ist ja eh zu dunkel die ganze Zeit. Kann man nicht wirklich was machen. Muss jetzt erstmal überlegen, warte mal. Wo ist denn das große Boot? In der Boot. Da ist das große Boot, dann müssen wir da rüber, okay. So, dann müsste... Guck mal, hier kam schon wieder ein Hai an, hast du gesehen? Ne. Ich hab gerade in die andere Richtung geguckt. Das müsste hier wirklich unsere Insel sein, oder? Sieht gerade aus. Kann sein. Schauen wir mal. Ich baue mal danach noch ein zweites Segel. Ja. Ein zweites Segel. Ja, das stimmt. Langsam ist es leidend, das eine Segel. Jetzt wird's hell. Mhm. Klar. Das ist Hammer. Das Spiel wollte nur sagen, geht doch endlich mal raus hier. Definitiv. Ich nervt mich. Wird ja nicht mal schlafen. Aber guck mal, schöner Anblick. Wir segeln genau dem Sonnenaufgang. Ja, das stimmt. So. Hier, Leute. Noch schöner. Mit Fernglas. Mit Fernglas. Oh, guck mal. Guck mal. Oh. Piramontisch. Ist doch nice. Also ich finde die Effekte ohne Fernglas viel cooler, muss ich sagen. Mhm. Bestimmt. Aber hey, Lord hat ein Tigerhai geküscht. Ein Tigerhai. Ich glaub jetzt, das nächste Mal wird er ganz viele Pfeile erst mal bauen. So eine Kiste voller Pfeile nur. Ich hab sechs Stück also. Also ich würd dir raten, mach eine Kiste einfach voller Pfeile. Guck mal, ich hab ja schon eine Kiste gemacht, Waffenkiste. Da steht Waffen drauf. Warte. Ich bin keine Waffe drin. Ja, wir können auch hier einfach anlegen. Und dann wissen wir, dass wir nächstes Mal einfach nur in die Richtung fahren. Soll ich ein bisschen ziehen? Gott. Leider. Lass mich mal an, Popo. Ziege nicht an, Popo. Oh? Hab ich noch? Ne, du ziehst vorne. Oh. Sorry. interessant dass ich immer drauf steigt sobald ich ziehe naja hallo kommst du jetzt oder hast du anker gelichtet ja ich habe geankert kann ja ewig ziehen du hast die sachen gar nicht mitgenommen machen wir hier rein mit das graf dann wieder leer ist das nächste mal die ist dann immer mit dies müssen auch die oberste kiste hast du kisten packt die mal da rein bitte ja ganz kurz die richtung auf zu dir wo ist es zu dir auf passt die ist leer haben wir nur leder nehmen wir somit mit fleisch nach man sucht die ganze kiste erst mal mit mir hier sind ganz viele seile an ich nicht mitnehmen wohl ich kann eine kiste mit jemand die voll ist ich muss wasser finden tatsache ist eine leere kiste kann man dann gleich weg bringen so jetzt hast du hier hingeschrieben möchte hier und zwölf tag kannst du was essen kannst du was essen einmal komplett neues leichten bei nahrung drinnen meine nahrungskiste nein es hat jetzt kühlschrank ja nicht zu sagen das war doch also schon getrunken kann man schon ist nämlich mit hier ist er nicht gewogen aus ich aufheben ich möchte es da reinpacken also ich habe noch nicht mitnehmen ich glaube ja drei stück kann ich nicht wo wolltest du jetzt eigentlich deine platte haben diese metall dinger und trotzdem noch nicht ja noch weiter wir sind die schwimmer hier ist und hier bin ich seile rein klatschen noch mal eigentlich haben wir noch welche aber ich glaube ich habe die gerade aufgeteilt bin mir gar nicht so sicher wenn sie sich blind oder keine ahnung auch drauf Willst du noch mal trinken? Da ist noch ein Schluck drin. Das Ding ist voll, okay. Feichern, beenden. Warte. Kann ich noch nicht, okay. Was denn? Ich hab geguckt, also ich bin noch nicht Level 6 bauen. Okay. Deswegen kann ich das nicht herstellen. Guck mal, unsere Yuka ist ausgewachsen. Guck mal. Guck mal, die bleibt gleich. Sehr schön. Aber ich glaube, man muss sich gießen. Es regnet gerade, oder? Auf jeden Fall hält es sich so an, als wenn es regnet. Gut. Na doch, es regnet. Sie ist nass. Steht da. Das heißt, sie wird wieder wachsen. Perfekt. Perfekt. Dann hau ich die Sicherheitshalte hier rein. Ja. Er kann nicht anders. Er muss es alles ordnen. Ja. Ach, das ist toll, oder? Und direkt beschriften. Ich glaube, das ist sein Lieblingswerkzeug hier. Erstmal beschriften. Hast du zu Hause auch so ein Etikettiergerät? Nein, habe ich nicht. Wünschst du dir vielleicht zu Weihnachten so eins, oder so? Nein. Kann man ändern. Das ist einfach so schlimm, oder? Oh, das ist schon wieder glücklich. Ja. Ih, ihr habt zu schnau, gerade zu schnau. dann noch weiter danke okay und finish 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 noch nicht geräuchert eine ist hier geräuchert hier ist auch geräuchert die anderen sind gekocht ich schmeiße hier schon die waffen raus ich weiß ich weiß ich war nicht zu langsam jemand kommt nicht aus dem beschriften raus hallo das fehlen noch welche reicht doch nicht was fehlt es fehlen noch kisten ach hier soll mal fehlen als ich gesagt habe ja wir haben ja schon mehr als genug neun stück reichen hier hier stehen zwölf und er sagt ja es fehlen jetzt noch ein paar aber vorhin waren es neun ja die reichen doch die dreizehnte ist hier und auf dem raft haben wir noch neun zwölf zwölf ein regal ist doch leer oder nicht stimmt er stimmt genau wir haben 22 kisten aber es fehlen noch ein paar ja ich hatte vorhin keinen platz und du bist dann hingelaufen dachte ich ja du nimmst es mit ich hatte ja dann auch kein platz mehr hier ist übrigens auch basern drinnen bei schnur ja dann lass uns jetzt weil ich trinke noch schnell schluck ja mach das brauchst du auch was ne gut dann lass uns äh speichern okay so gehen wir jetzt schlafen 13 tage und wir haben schon ganz schön viel geschafft würde ich sagen großes haus also großes floß kleines haus das war's mit der folge und vielen lieben dank fürs einschalten wenn euch das video gefallen hat lasst doch einen daumen nach oben da falls ihr es noch nicht getan habt abonniert meinen kanal soll sich mein schräger content gefällt und aktiviert natürlich die glocke um mich zu verpassen ansonsten bei euer delique